Haupt und Studer, das Elektrofachgeschäft und der Elektroinstallateur im Limmattal. Bei Neu- und Umbauten sind wir ebenso der richtige Partner für Elektro- und Telematik wie bei Reparaturen und Service. Mit 50 Mitarbeitenden und 12 Lernenden erarbeiten wir maßgeschneiderte Lösungen für ihre Stark- und Schwachstromanlagen, für moderne Energie- und Wärmeerzeugung, für Telefon- und Computernetzwerke und für die Gebäudeautomation. Industrie, Gewerbe, Dienstleistungsbetriebe und Private schätzen unsere kompetente Arbeit, von der Planung über die Installation bis zur zuverlässigen Wartung. Gerne erfüllen wir Ihre Wünsche. Haupt und Studer, 24 Stunden auf Draht.